Schon guten Tag zusammen, Mac hier und das Support Your Local Box Fundraiser Workout Nummer 3 ist schon raus. Und das Workout ist auf Seite 50 mal Box Step-ups, 50 mal AMS Sit-ups, 50 mal Kreuzheben und 50 mal einarmige Thrusters. Und falls du zu Hause bist wie ich und hat das Zeug nicht zu Hause, ich habe ein paar Vorschläge für ihn. Und das ist ein Jogikissen oder ein Handtool hier für das AMS Sit-ups. Eine leere Kiste kannst du gern beim Step-ups nutzen. Ein gefühlt fleischadestiertes Wasser für die einarmigen Thrusters und zwei Kisten Wasser für das Kreuzheben. Sei kreativ, dass das Workout dir Spaß macht. Log deine Ergebnisse in die Kommentare, teile mit uns wie du das Workout gemacht hast. Wir werden es schaffen Leute. Bleibt gesund. Bleibt zu Hause. Schönen Tag noch und tschüss. Und das kommt die Ver Ink prow rabia. Und das kommt die Herschel, sign摸 www.able.be.be.be.be. Vielen Dank.